Als Nächstes habe ich etwas geplant, was nur hier in Berlin stattfinden wird. Ich freue mich und bin auch sehr geehrt, dass ich gleich hier auf dieser Bühne eine liebe Freundin begrüßen darf. Die Grand Dame der deutschen intelligenten Popmusik, Marianne Rosenberg. Wir spielen einen Song, den Peter sich ausgesucht hat. Ein Song von unserem Album, den wir mit Dirk Regner produziert haben. Und dieser Mann verbindet uns auch. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich sage nichts. Du willst verlieren, wenn du siehst. Nies Herz war streng. Wie lange es geht. Du kannst nur nehmen, was du liebst. Was du für Kleinen willst, für Große. Was du schwecken willst, wird stark. Was du zerstörst, zerstört dich selbst. Du bringst den Schmerz um diese Welt. Die Sonne fällt dir vor der Auge zu. Du erkennst es nicht, weißt nicht wer du bist. Was du mehr? Du gibst alle Warnen, nur so glaubst du auf sich her. Und zerstörst das Herz, verwirbst das Herz. Ich bin auch entgegengesetzt, ist es nicht so gut. Es ist wie Himmel, es ist nicht zu spät. Du kannst nichts hören, es kann nicht zu spät. Es ist wie Himmel, es ist nicht zu spät. Es ist wie Himmel, es ist wie Himmel. Es ist wie Himmel, es ist wie Himmel, es ist wie Himmel. Es ist wie Himmel, es ist wie Himmel. Es ist wie Himmel, es ist wie Himmel. Es hat kein Name, kein Gesicht. Es findet dich, wenn du nicht suchst. Wenn du nur sein willst, was du willst. Genau entgegengesetzt. Genau entgegengesetzt ist es doch. Genau entgegengesetzt ist es. Es findet dich. Genau entgegengesetzt ist es. Wenn du nicht suchst. Nein, ich möchte dich. Genau entgegengesetzt ist es doch. Es wird dich. Genau entgegengesetzt ist es doch. Vielen Dank.